Willkommen bei einem richtig tollen, schweren Spiel, und zwar Cuphead. Aber nicht alleine, sondern im Co-op. Nice run, boys, Lord, the newcomer, the brothers gasp. It was the casino's owner, the devil himself. Now, how about we raise the stakes, he suggested with a toothy grin. Win one more roll and all the loot in my casino is yours. The devil boomed. But if you lose, I'll have your soul steal. Cuphead blinded by easy riches, not an engraved dice for a throw. Good gosh, Cuphead. No, cried Mugman, for he understood the danger. But it was too late. Snake eyes, Lord, the devil, while slamming the floor. You lose. The brothers trembled in fear as he loomed over them. Now about those souls. The brothers platted for their lives. There must be another way to repay you, Mugman stammered. Yes, please, mister, Cuphead added. Perhaps there is. The devil snickered, pulling out a parchment. I have here a list of my runaway debtors. Collect their souls for me and I just might pardon you two Mugs. Now get going, the devil roared, kicking the boys out most rudely. You have till midnight tomorrow to collect every one of those souls. Otherwise, I'll be the one collecting yours. Cuphead and Mugman were terribly frightened and ran away as fast as they could. Come on, Mugman, Cuphead, we have to find the other cattle. He know what to do. I can't move on. Okay, wait a minute. What a fine pickle your boys have gotten yourself into. I know you don't want to be part of the devil. But if you're through this, I can't bear to imagine your fates. You must play along for now. Collect those contracts. And you would be best be ready for some nasty business. Your dept of friends won't be very friendly once you confront them. In fact, I expect they will transform into terrible beasts. Take this potion, so they won't have you out to dry. It will give you the most remarkable magic abilities. Now go to my writing desk and use them as a liquid there. You need to prepare yourselves for a scrap. Can I open up now? Okay. Oh, fuck! Press any button to join. Yo! Oh, sorry. Oh, 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 oh. Links, schießen, das hast du wahrscheinlich gesehen. Ah, okay, wenn man die vorderste drückt, dann kann man stehen bleiben. Ah, schießen. Dann läufst du nicht dabei. Muss dann nochmal jumpen, jump. Oh, oh! Nice. Das ist ein Fertig, der kannst du damit machen. Beim Revivalen. Dann fahr ich auch gerade so, oder? Ja, nee. Muss es schreit timen, halt. Genau. Ah, ist nicht der da. Mhm. Oh, Junge. Rechts, das ist der Session. Muss ich diese Tabo haben da unten? Rechts unten bei dir. Und ja. Ja, und jetzt geht's gleich mal für ein Stück. Oh, okay. Nice. So, nicht mehr. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Da. Raus rein. Da, 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 da. Ach, schön, das ist das Menü. Ja. Oh, cool. Hallo, Apfel. Hey, fellas, looks like you're in for it now, huh? Well, I used to be the same way, always getting into trouble, run-in, jump-in, shoot-in. But now I prefer just strolling around and going to the pictures. But hey, let me give you a hand, take this. Alter. Coins. Heftig. Perfekt. Pork, Reins and Portrion, ja. Äh, äh, äh. Also das ist halt ein extra Leben. Also von den vorderen beiden Sachen kannst du nur eins ausrüsten und von dem hinteren kann man mal zwei Waffen, verschiedene Waffen ausrüsten. Äh, die Smogbomb ist so ein... Ich glaube, die hole ich mir. Da ist nämlich der Dash, ähm... Das ist quasi wie so ein... ...TP nach vorne, anstatt so ein... Immer oder nur einmal. Immer wenn du dashst. Das mag ich, actually. Jo. Goodbye. Goodbye. You gots to equip those new purchases if you want to use them. Look at your equipcard, your bombs. Das ist ein gleich Bosskampf und das oben ist ein Level, also... Was... Ja, 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 ja. Okay, fine. Let's go. Forest Follies. Okay, aber es ist ein... Ich hab's ewig nicht mehr gespielt. Hält mir von meinem Mega einfach mal jetzt. Oh Gott. Gedrückt hat. Oh mein Gott. Direkt schon Damage passiert. Geht die, geht die irgendwann aus, meine Waffe quasi? Äh, ne. Geht, okay. Ah! No! Ey, bin ich doof? Ja, der Blaue, der kleine Knecht da. Oh shit, oh shit. Alter! Oh nö! Ich bin da. Der Arzt ist ja mega. Ja. Kann es sein, dass ich stuck bin? Ja. Oh nö, 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 nö! Close. Die Eichel. Ja okay, die stürzt nur noch unten. Alter, wirklich? Okay, okay. Okay, wir sind weiter als letztes Mal. Oh! Oh mein Gott! No! Ja, ich bin nicht so talentiert, glaube ich noch. Dash. Oh mein Gott. Panik. Panik! Okay, okay, entspannt. Miniboss, glaube ich. Kann ich? Ah, okay, mit rechts. Kann ich die Dinger kippieren? Ich hab keine. Easy. Oh Gott. Oh, 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 oh. Ich geh hier oben rum, kenn ich gar nichts. Oh, das ist das Ziel. Yeah! Easy. Alter. First try. Ey! Alter, B! Mit B zufrieden. Ja. Es gibt noch S, oder? Ja. Es gibt dann auch noch P, glaube ich. Wenn du keinen Gegner umbringst. Pazifist oder so. Hier, das ist, glaube ich, einer der einfachsten Bosse. Da, da. Da, da. Ich glaube, wenn man seinen Attack-Muster kennt, dann ist er, glaube ich, easy. Okay, sieht's aus als... Ah, keine Ahnung. Oh, yo! Oh, mein Gott. Ja, ist mir leid. Ich bin so scheiße. Ja. Boah, Alter. Alles. Ich bin so okay. Ich hab dich, hab dich. Okay, jetzt ist das zweite Form, glaube ich. Oh, das kann man. Das kann man patrieren. Alles, was pink ist, kannst du patrieren. Okay. Okay, clean. Oh, shit. No, da komme ich nicht hin. Na, kein Ding. Also, du kannst doch jedenfalls besser fächer. Dritte Form. Ich glaube, da muss man auf den Kopf schießen. Ja, genau. Weil ich dachte, der wird tot. Ne, da kommt dann immer so ein Knockout. Wenn ich mal Solo-Carry. Das ist schau'n. Zack, Junge. Zwei Sterne, Skill-Level. Ja, ich war ein bisschen... Ja, oh. Okay, ähm... Okay, wir können... Unten gibt's jetzt noch den... einen Boss hier. Den, das ist... Das ist der Gemüsegarten, glaube ich. Botanic Panic. Let's go. Ein großer Schlammer und dann, son. Fass mich, da bin ich nicht. Barm, Junge. Die Wurm. Oh, shit. Alter, viel zu schnell. Hä, ich dachte... Ich hab's auch nicht mehr ruhig gekocht. Ja, du musst das richtig timen. Was? Okay, dann haben wir. Achtung, unter dir. Ja. Komm, jetzt trainern vom Himmel. Ja, okay. Oh Gott. Gleich, Mann. Okay, nice. Alter, frech. Frech, die Mörde. Aua. Der ist halt frech. Oh. Jetzt, glaube ich, auch kaputt schießen. Oh mein Gott. Viel, ihr fehlt nicht lang. Und schiff, die Hässe gibt's nicht, oh Karotte. Du musst mich so oft retten, das gibt's doch nicht. Oh no, da komm ich nicht hoch. Oh, nee. Toll. Toll. Ich dachte, ich kann das hitten von da aus. Oh, Gott. Was ist das Holocary? Und actually, gibt's bei dem Boss noch so ein Easter Egg. Ich weiß gar nicht, inwiefern das Beiträgt zum Spiel, aber man kann... Wenn man die Zwiebel nicht angreift, dann passiert was. Genau. Also, ja. Die, die, die Kartoffel killen und dann bei der Zwiebel nichts tun. Wenn wir... Ich sehe uns da. Wenn ich aufgespringen muss, ich nochmal A drücken. Du musst in dem Moment, wo es Hitt ist, jetzt nicht angreifen. Ah, ja, okay. Ja, da hab ich dann halt voll gespannt. Ich dachte, ich muss einfach noch aufgespringen. Okay. Mhm. Jetzt gibt's ein hässliches Radieschen, was einen auch fertig macht. Nebenbei. Und ich bin direkt reingejumpt, ich Idiot. Okay. Okay. Ah! Oh. Okay, das hab ich. Das hab ich, das hab ich. Oh, oh, oh. Oh, okay. Respekt. Nice. Schön. Ich weiß gar nicht, steht da jetzt das da? Hm. Ich weiß gar nicht, was gibt's bei... ...3 Bossen gibt's, glaub ich, ein Special. Toll, sie freuen sich einfach nur. Äh, wir können sagen, was die Münze zu sagen hat. I will Monkeys uncle if I'm putting my, ähm... ...Moula... ...Moula? Keiner. ...in the bank. Mhm. For all I know, the devil probably controls the place too. They'll never get a hold of my gold if I spread it all around. Oh Gott, das ist, äh, ein schöner Akzent. It is some, äh... ...whoy happens to find a coin or who will good for him. Yeah, that's what I say. Wir können entweder in den Shop oder wir können die... Ist mir egal. Okay, weil ich, ich glaube, ich kaufe mir ein, ein, ein Item. Welcome. Ich glaube, das ist, ähm, ich mag das ganz gerne. Das ist quasi diese Short Range, ähm, Dreifachattacke. Die macht recht viel Damage auf Close Range. Ich weiß gar nicht, mit welcher Taste man das wechselt tatsächlich. Wir werden es ja rausfinden. Clip, join in Calamity, Ribi and Croaks. Good day for a while. Switch weapon, vorne links. Okay. Ich hab keine Ahnung mehr, was das zu machen. Oh shit. Das sind aber erstaunlich, wenn ich level, muss ich sagen. Aua. Ähm, ja, das kommt, da kommt noch mehr. Da will sie immer diese... Können wir die kaputt schießen? Ja. Wird rausgeschnitten. Aua. Wird rausgeschnitten. Okay. No. Danke. Okay, der kommt gleich angerollt, glaube ich. Achtung. Okay, nice. Aua. Ich soll vielleicht nicht in den Wein laufen. Oh. Hier geht schon viel ab, oder? Ja. Kannst beide attacken, auf jeden Fall. Oh lol. Das hab ich verges... Pff. Ich hab vergesst, dass er für jede Waffe eine spezielle Attacke hat. Okay, aber wenn sie nur das machen, dann geht das sogar. Du musst halt rechts... Oh Gott. Rechtzeitig ausweichen. Ich weiß gar nicht mehr, das ist die letzte Form. Hm. Okay, bisschen erst mal verfolgen dabei. Was ist denn jetzt? Okay, klar. Ich hab nichts gesehen. Ich hab auch nichts gesehen. Ah. Mhm. Okay, jetzt kann ich gleich auch wieder reingerollt. Oh, stark. Da könnt ihr jetzt... Was war das? Okay, ja. Perfekt. Täter, da konnte ich dich nicht holen. Ja, nee, nee. Ich hab auch nicht geblickt erst. Ah. Ich hab 1 HP. Oh. Was sind Schlangen? Ist nicht gut. Nicht gut. Noch. Noch. Oh mein Gott. Jetzt an so einer Münze sterben, oder? Mhm. Holy shit. Tiger? Dann kann ich nicht einfach durch... Okay. Ja, es geht. Oh mein Gott. Oh. Ist anstrengend. Ey, aber die ging voll fit. Easy. Eben. Okay. Ähm. Soul Contract, Ravion Crocs. Gab's oben noch was? Ah, nee, da haben wir auch die Brücke geschaffen. Da. Genau, ja. Das ist so geil. Ja, wohin soll ich denn fliegen? Der Moon. Mann, bin ich kacke? Europa-Geist. Der Arme. Ja, wohin? Oh Gott.